Ich habe mich 15 mal in Folge, habe ich jetzt in Pause gemacht, aber das kann man in dieser Action nicht so vor. Vor allem, warum nerven die eigentlich Monk Damage? Ich fand Monk Damage eigentlich, also ne, Monk Damage haben sie gar nicht genervt, die haben das Überleben. Ja, die haben den Heal verringert vom Teleport und die haben von deinem HP-Aufbau-Trank als Windmarker, den haben sie auch genervt. Ja, da haben sie den Heal und Wind-Aufbau genervt, also das Schild genervt. Ja, es kommt drauf an, es sind ja beides Eriterteile in der gleichen Reihe, also entweder oder. Okay, das war nicht okay, weil ein Viertel Leben pro Port ist einfach zu ridiculous. Ja, ja, der Paus nicht weg, er hatte nur 25% mehr HP, das war so OP einfach, du kamst nicht hinterher, er war auf der Hälfte HP. Dann sagt er aber noch so im selben Atemzug, naja, Frosty-Case oder D-Case finde ich jetzt nicht so strong und Demon Hunter auch nicht. Ja, aber er hat damit klarkommen, ne, das ist halt wahrscheinlich, wenn man weiß, wie man gegen die klarkommt und die halt so ein bisschen outplayen kann, ist das eigentlich relativ einfach. Ey, das ist glaube ich ein Unterschied, auf Low-Ratings siehst du die einfach viel mehr wie auf High-Ratings und in der USA, also in dem Ami-Bracket hast du so oder so kaum DKs. Oh, aber er spielt ja mit dem DK zusammen. Ja, das ist immer was anderes. Ja, aber er weiß ja ungefähr wie die Kars abgehen und ich vermute, dass er es deshalb so sagen kann im Vergleich zu anderen Klassen so ein... Und Reh. Ja, BW. Ja. Ja. Oh, ihr bickert. Ne, wer kann nicht mit diskutieren? Oh, die PvP-Nerfs, die jetzt vorgestern kamen. Hm. Gestern? Vorgestern? Irgendwie sowas. Ja, ja. Toll nicht, wie lange es halt gedauert hat, bis überhaupt mal wieder was gekommen ist und dann waren es halt einfach solche behinderten Patches. Der letzte Nerf war im Februar, ey. Ja. Könnt mich einladen, ne? Ah, nein. Ja. Was seid denn ihr? Oh, hier sehen wir. Hast du auch gehört? Der hat gesagt, wie Hunter sollen genervt werden. Hunter sind so retarded strong. Sagt wer? Wer sagt das? Das habe ich nicht gehört. Da habe ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich gerade weg bin oder so. Vom Hunter bin ich es mitbekommen. Ja, doch. Der hat gesagt, keine Ahnung. Ja, wer? Du. Sieh du. Sieh du. Ach, sieh du. Ich habe ein Video gemacht für die Patchen und so ein bisschen drüber reden, diskutiert. Ah, ok, gut. Ja, kenn ich. Der Meinung gesagt. Ja, ja, ok, gut. Kenn ich ja von anderen auch. Weil der Burst ist irgendwie zu hart und der CC ist zu strong. Ja gut. Der CC ist halt krass, ne? Das stimmt schon. Ja, der war beim Handhaber immer so. Ich kenne einen Hunter nicht anders. Soviel, jetzt ist es extrem. Meinst du? Burstingshot noch in der Rote, ja. Das Burstingshot gibt's ja erst in Legion. Ja gut, du hast vorher noch andere Sachen gehabt. Vorher war es eigentlich Streuschuss. Das hat deine Trap verringert von der Dauer her. Weil die haben gleich einen DR. Und schatten sie da. Ich weiß nicht, aber jetzt auch noch. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber da ist halt die gleich einen DR. Ja. Leapshot in Trap ist halt schon brutal. Und dann noch diesen Stuntschuss dazu. Ja. Ja gut, du hast ja auch vorher mal... Ich müsste echt nochmal nachgehen. Aber ich meine, du hattest in den WOD zum Beispiel mehr gehabt. Oder... Täuscht das? Keine Ahnung mehr. Gut, WOD darfst du mit keinem Addison vergleichen. Weil WOD war einfach kack, was PvP angeht. Für dich. Fand ich jetzt eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut. Es waren halt nur, wie immer, so ein paar Dinge, die du hättest ändern müssen. Und dann hat vieles anders funktioniert. PvP-Ecke war eine coole Idee. Das war super. Das war echt cool. Du hast... Ja. Zumindest halt gegen PvEler klar kommen, weil die einfach schwächer waren als du. Ja. Zumindest... Vom Itemlevel her waren sie immer niedriger. Aber sie hatten halt stärkere Setboni gehabt. Das vergisst das mal nicht. Ich meine, so ein paar laden mit dreimal Wings. 90 Sekunden Flügel. Hä? In WOD ist dein Equip doch gepusht worden. Ach so, du meinst als PvE Equip. Ja. Du hast... Digganzer Held. Gals PvP. Geh wohl hochgestürmt. Ne, ne, ne. Du hast den WOD hast du als PvPler immer einen Equip Vorteil gehabt. Also das Itemlevel. Ja. Aber die PvEler haben halt krassere Setboni gehabt. Ja, klar. Nicht so wie 10 Sekunden verringerter Cooldown. Ähm. Oder so und so viel. Oder Proc irgendwie. Sondern die haben, ne. Dreimal Wings. Beim Pally zum Beispiel. Äh, was geht man? Blue. Schamane. Ah, Schamane. Wurde grad abgelegen, ob meine Talente nicht wechseln kann. Viel Spaß. Ich hab jetzt die Talente aus dem PvE, äh, aus dem BG drin. Ich hab keine Autobobble und so Crempe. Wurde. Pally ist im Stun. Stun weiter. Morgens. Verhält ihr mich überhaupt? Ja. Ah, okay. Gut. Ich kann nicht trappen. Ich denke es nicht. Ich geh auf den Pally. Schamane wieder. Ah, dann kick. Viert. Oh, die passt auf mich. Tun. Was? Wink. 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 Ich hab die, ich hab meinen Trap abgefallen. 2,6. Wink. Banner ist Down. Pally oder so. Es raus mit Trinkage. Ich bin auf Chami noch. Pally,'s geslaut. Pally. Hup. Facts? Ja. Facts. 4 Perley. Stunt. Ja. Kann ich nicht holen. Stunt. 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 Kann ich nicht holen. Gibt's alles nicht. Hast du überhaupt von mich? Hast du überhaupt von mich? Ja. Nein. Ich falle jetzt dann. Okay. Boot haben wir Spack. Schamil ist gesquert. Eastload. Pardon. CoOL ich spraw nicht zum Schwerzen some. Kann nichts tun. Ich hab es dann. Records dann. Ich hab die Kasse getötet. Ich bin tot, ich hab die Kasse getötet. Ok doch nicht. Ob auf Benjamin schuhachen. Bżenie. ich halte ich mich halte ich mit ja ja alles gut weil ich dann na das nicht ja ich komme ich halte nix ich brauche ja ja beruhig dich beruhig dich täuschung und sonst als paletti bei euch was ist mit arbeit und noch arbeiten ich habe heute vor morgen vor samstag arbeiten ich hab's halt im urlaub genommen aufräumen kuchenbacke los pet jedenfalls ich vergesse ja ja gut müssten irgendwie da dann doch mal hin bin dran cut in line blind die 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 Und Melee, der ist bei denen, der heilt die ganze Zeit. Der heilt mit Way of the Crane wahrscheinlich immer noch so viel wie der Pally oder mehr. Da ist er schon. Habt. Ja Crane. Ja. Ja. Next wave. Habt dich. Wall ist ab. Ja, hat getrinket, der da. Zweite Wall ist ab. Deamon hat das geslowed. Und die Manu. Blur. Blur. Blur down. Monk stun. Er hat mich oft trappen. Life getrun. Manu. Ohhhh. Nicht. Curdle. Was macht er ne Trap? Warte stun ihn. Hab ihn. Ich mach mal gerade mit. Ah, ich kann noch zu lösen. Boah, das war zu schnell. Alter Schwede, das hast du für immer für die Damage das hier. Ey, ein Burst, ich war ein stun und auf einmal bekomm ich mega das Damage. Ich weiß. Keine Ahnung was das war. Oh mein Gott. Das war der Monk. Das war der Monk. Der Monk hat mich gerade gekickt. Er hat gekillt. Ah, vielleicht hatte ich die letzte Schlage auf dich. Ich bekam eine Million Damage vom Monk. Die letzten sieben Spells auf mir war vom Monk. Mit jeweils 200k bis 250k. Blackout Kicks. Du bist so schnell auf einmal gestorben. Ja, du bist innerhalb von 2,9 Sekunden von 50 auf 0. Ja, ich dachte Monk wurde genau vom Damage, aber der macht irgendwie mehr Schaden als vorher. 250k, das ist süß. Weißt du, was ich mit meinem Monk vorher gedealt habe? 700k. Ja, aber es hat mich getötet. Ja, vielleicht mit einem Skill gemacht, was der hier mit sieben macht. Normaler Nerf. Hat gereicht mitzutöten. Ja, das ist wohl wahr. Na klar, ein Pali kann dich auch ohne, dass er... ...reliwings geskillt hat als Heiler töten. Das ist alles möglich. Okay, er dispel ich wieder. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nein, ich hätte ja, ah, 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 ah. Face Punch... ein infight oh mage ist schon da ein klein monk stun dann nochmal mage geslowed mein kind bin vollied, komm raus nochmal runter genutzt monk hat trinket raus schon gefliegt monk hat stun voll aber ich habe gerade trinket ich kann nicht trinken nice schön raus insie ist raus monk ist unten mh hat den land feuer monk ist fulltrap block block kick kick voll kick monk stun voll voll ab kick kick nach der kleine trinket hat ring kick ring kick 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 geht durch voll purdeln purdeln ja schon wieder ein schieb ja schon wieder ein schieb ah nicht gefickt monk kotzer stun monk kotzer stun voll die kick blind fall blind fall der stirbt nice eyes are down rock eingefroren hui ach du liebes bist du der mage hat mehr geheilt als der mage gemacht hat mehr geheilt als der mage gemacht wa er hat wirklich mal der mage gemacht hat der arme mage der tat mir schon leid hab ich auch fast gestorben als zu unten war ich gerade war ich auf 3% einmal kurz ja da ist vendetta wir machen es halt spannend genau tron hör auf deinen chat warum redet man von monk siehst du in jedem game ja gell ja aber hey frostiger ist ja nicht op aber er sagte ja den bird vom frostiger könnte man schon nerven wobei er erst genervt worden ist ja wer doch gar nicht super weil die das frost haben so hart genervt mhm färlich finde ich ihn trotzdem noch ja sieht nach dem hexer aus ja regen aus menga menga da das geht natürlich natürlich ist der caster russer weißt let's go dk ist geslowed zann jetzt sann kann ich mal kurz weg was verglich das was Ich bin doch mal am Arsch Ich muss weg Du, DK? Das stimmte ich auch nicht, ja Der Hexen lutscht einen auf, wenn ich sterbe, heißt er einmal lutschen Ja, es ist halt Hexer, ne? Ja, nein, Witz! Header Kick Büll 4 Dark Salt Black Sweep Hab dich Bob Ich krieg dich ne, ich krieg dich ne Inferno, Inferno LL, LL, Schatz Peer Kick Immer am Hexer Loll Slowen Hexer Bleib da drin Ja, DK Boah ey, diese Lutschen da Jaja Na, wenn der Monk ist oben Ha, frag mich mal Hexer wieder Monk stun Ich werde euch nicht Ich hab den Bock, ich ein einziges Mal trappen können oder halt mit meinem Scattershot trappen, äh mit meinem Burstingshot Der Standdrehen in meinem Burstingshot ist aber weder gelaufen, das war doch mal egal Der ist ja Ich leck das mal aus Ich leck das mal aus Das ist so dumm einfach, ey Der Hexer hat PvE Und das ist so ne dumme PvE Klasse im PvP Er schlecht irgendwo hin Castet Und schluftet Was? Movement? Ha, ha, hab ich nicht Brauch ich nicht Bei einem Afri Dot-Schaden unmaßlichen Single-Target zu geben ist schon ein bisschen komisch. Ist einfach was Dummes. Dot's noch auf einem einzigen Ziel, dann wär's gut. Aber nein, er kann alle Ziele donnen. Er schlürft dann rein und nimmt alle Drehstelle. Du, das Schlürfen ist ja an sich okay, damit der Single-Target hat, aber nicht in dem Ausmaß. Okay, es kommt erst kein Damage, dann kommt der andere zum Schlürfen. HP droppt einfach insgesamt auf 20%. Keine Ahnung, die mussten halt nicht mal CC'n. Ja, vielleicht 1 oder 2 mal in 4. Kein Silence, kein Lichts. Ja gut, es ist wirklich schwer, hat man sich das auch nicht so gemacht. Ne, war ein reines Damage-Bettel. Was du heck? Was du heck? Was du? Was du? Was du? Was du? Hnab dich. Loll. Ist der raus? Oh lol was ein lag. Alter, spielt der lag gerade. Abdel ist raus. Rued ist da. Ich hab da echt Luftlöcher gerade geschlagen, obwohl er vor mir steht. Wall ist ab. Ich muss um Rogue. Ich bin bashed voll. Pally wieder. Ich bin down voll. Warte, ich hab kein Freedom. Ich hab kein Freedom. Ey, der Pally steht da hinten. Ich schlag echt die ganze Zeit Luftlöcher. Auf einmal ist der hinter mir. Das ist ja unglaublich. Der Rogue hat auch geleckt. Marco sagt jeden Fall. Ich gebe ihm ein Schild. Ich gebe ihm das zweite Schild. Der Rogue setzt mich. Wäre Marco auf den Paladin aber schon feilen. Ja, ich dachte mir aber auch, ich bin schon am feilen. Und du wirst gesat, wo du mich grad schildest. Hä? What the fuck? I said what? Keine Ahnung. Der Rogue muss mich gesapt haben. Und es kam irgendwie 20 Minuten später erst an. Wie viel. Ja, wie mit dem Priester neulich. Ich stehe in der Mitte von der Arena. Ich stehe auf der anderen Seite. Kann dir aber auch nicht sein. Weil er hat ja erst in so einen Paladin gesapt. Und da hast du auch bereits mich geheilt. Und dann kam der Zap zu dir. Also. Strange. Ja, ich sag ja. Der muss gelacken haben ein bisschen. Nicht viel. Nur ne kleine Nuance. Wir spielen gegen Aiden. Warum kann es kein DK-Einschleppenkrieger sein? Es wäre viel spaßiger für uns. Pote them down. Sky territor is down. Wall is up. Nein, اب dich nicht. Cham is done. Komms auf mich. Fall ich trappen gehen wir geht in voller Mü LinkedIn. Mond-E... Pote them is up. Das ist Freedom Eingefahren Ach, Healing Tide Die Gegend hat das geslowt Healing Tide ist down Ich bin hochgesprungen auf die Wand Ja, dann ist es dann Ich trau mich halt immer noch, obwohl ich hinter die Säule bin Ja, dann War das ab Ab dich Proton ist weg Boah, ey Ich hab mir Fulltrap Ich hab die Tür gesetzt Boah, ich war nicht mal mehr in der Nähe von dem Toten Ja Oh, ich turn, ich turn, turn, turn Hopping is down X-Fullt Nein, das gibt's dann nicht Dann Das bubbelt Äh, nix mal Kalkras Kalkras Ich werde euch alleine rampen Pfff, dumme Ja Das war Ja 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 Da Ja Ach ja. Ich habe das Wichtige für euch. 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 What a fight. Ich habe das Wichtige für euch. Ich habe das Wichtige für euch. Ja. Das Wichtige für euch. Ich habe 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 das Wichtige für euch. Unser Psy-Schling manchmal ist eins noch Deluxe. Geil. Was war denn der letzte Grid den du gefressen hast? Waren das so 2-3 schneller oder war das eins und hoher? Ich hab schon gelöscht gehabt. Das war irgendwas ganz schnell. Achso. War ein Block vom Shabby, wir haben glaube ich 6 oder 7 Spells fällt sich getroffen. Ja so wie das... Ich hab erst so ein Knistern gehört und so krack 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 und dabei tot. Er hat auf jeden Fall sein Eis-Dingsbums gezündet. Ja dann kriegst... wie war das? Und hab für mich Frost Shock mit 630.000, Ice Fury mit 470.000 Und nochmal Ice Fury mit 670.000 Ja da kann ich grad schon 4 Stück oder so reinhauen. Ja das waren einfach mal 4 hits auf einmal mit jeweils 600k. Ja da... Ja da in dem Fall war das Positioning einfach... Fucked up let's go. Ely muss man nicht schnaufen. Da darf man lieber irgendwas auf, Lucas. Ely. Gut das haben wir auch dumm gespielt, das Quatsch. Ich blieb... Ah jetzt dann... Monks dann... Einfach failed... Monk ist geslogged... Kiki hat keine Deathmall eigentlich. Hier steht da hinten als so Scheiße in die Scheißkiste, man. Warte... Monk... Stunt... Monk hat Stunt... Monk Stunt... Monk Stunt... Ah... Er hat Trap reingesprungen... Wird er rausgeholt... Er war eh gestunt... Er war gestunt... Also sag ich das Knie... Ah... Stunt hier hinten... Klapp... Er war nice... Monk Stunt... Hat Stunt... Oh... Monk Trap voll. Ah... Den hab ich jetzt auch für Sinn rausgeholt. stand cc hier wollen damit morgen wieder hast du noch turtle ja und dann alle das abend wo ist man noch aufs dance wünsche morgens dann die fans des dk Mount kick War, 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 war Morgensstun War halt offstands wieder Nice, der war da Gut Tobi War schon ein Prof jetzt, dass du wegrennt Dass das so abgeht Meine Fresse Er ist dick und er ist ein Panda Er braucht halt auch und zu mal ein bisschen Die haben gar kein Damage gemacht Sondern Schlecht, die waren bis ein paar mal fast tot Hä? Die waren aber ein paar fast tot Die haben echt keinen Schaden gemacht Marco, du bist in jedem Match ein paar mal fast tot Das hat damals nichts zu tun Ja, ich wollt grad sagen Wenn Trowny, ich und du da hinten drin stehen Wir sind beide nicht permanent fast tot Dann macht der D-King kein Emmen Ja, der hat doch nicht viel gemacht Ich hab gleich doppelt so viel gemacht wie er Der Demon Hunter Freund Du hast auch tolles für CC gebrochen wie er Ja, ich hab gesagt, ich cleave da hinten Das ist klar, dass der CC halt auch mal gebrochen wird Ja Ich glaub ich eine Scheibe ist ausgelaufen Ja, deswegen musst du deine Knockbackfalle da hinschmeißen Dann fliegt er weg und dann kannst du ihn sitzen Genau, gut Ja, dann hab ich halt Das kam genau in dem Moment, wo ich halt ein Divine Storm gemacht hab Du schubst ihn weg, Falle, er ist drin Und der Divine Storm kommt dann erst später an Beziehungsweise der Zweite Du hast in die Falle reingesprungen Und da hast du gestunt in der Falle drin Und dann hast du ein Divine Storm Nee, das war zweimal Hast du eine Springfalle drin gehabt? Hat er ja Habe ich die Maske Also ich hab einmal, einmal wissentliches Mitbekommen, was du weggeschubst hast Ja, 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 ja Ich ja auch Ach, webe Okay, Priest dann Is dann The Priest will feiern Michael Hab ich kicked Ich hab mich reingegrabt Wall ist ab Alter Schwede Zu spät, das ging grad nicht Alter Schwede Was soll man denn da noch machen? Du bist Ungefangen Was lustig ist Das ging so schnell ich hätte dir nicht mehr helfen können Egal was ich dir gegeben Du wärst trotzdem gestorben Weil ein Schamil die Bob dich interessiert Wie kann ich euch helfen? Warte mal grad, was Was Der denn? Wow Erdschot trifft mich für 800.000 Holy Mother Barsack Tims Ja, da fahrt man es nicht so Mal fix auf den Klo Ja Ich mag es echt, was das Patch nach uns kam Einer der Einer der Einer der Erdschot hat aber fast 1,1 Millionen gemacht Ne? Ja Elische Mann ist aber nicht stark Muss man nicht nerven Ach, was weiß ich Das ist lieber Blutica 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 Was man Arena so oft zieht Ja gut Da ging es gleich eher um die Sache Dass du irgendwie mit Tanks auch wieder hoch gekommen bist Und das soll nicht sein oder so Das ist manches als echt komisch Ja, ich fahr ehrlich, ich versteh es halt Dem Destro nehmen sie alle Infernals Außer einen extra Infernal Weil das ist ja soo stark Die langsamen Dinge die man kiten kann Aber so mit Elie Nur Elie ist auch ok So 1,1 Millionen Grippe in dem Instant Muss auch sein Ist ja easy Stark Ja, so ist gewollt Elie Schmeiß soll OP sein Da hab ich Shadow Oder Hexer Der Affli Der Affli Der Affli Hexer ist wie so ein kleines Kind Wenn der den Loons schon im Mund hat, ist der Loons schon weg Auch geil Ich geh so gerade auf Twitch Ich wusste, er krieg ich so die Meldung Also das Twitch-Symbol Da sind ja zwei Augen drin Erstmal so kreuzend drin Tut uns leid, dieser Änderung ist im Moment nicht verfügbar Er so, was? Ich bin gerade auf meinem Kanal Ich bin gerade auf meinem Kanal Aber es läuft alles Auch schon komisch Also auf Toilette Der Schisser der Alte Ich bin gerade auf dem Kanal Ich bin gerade auf dem Kanal Ich bin gerade auf dem Kanal Mäge Worry ich wünsche der magier aber freuen ja da muss ich auf jeden fall freuen wenn du mich hinterherinnern schnell wegkommt oder sich 300 millionen mal hin und her zurück und vorwärts bringen am besten ist er dann noch immun gegen ne ne hat 100% ausweich chance ich hoffe immer noch dass er sich dafür entscheiden magier schimmer wegzunehmen ja aktuell hat es halt noch wieder einen bfa du kannst zwar tolle sachen mitmachen aber es ist einfach dumm ja aber einmal ist nur unterschied zu frei machen greater invisibility oh ist geslowt lab mage stun ihn und dann und dann und dann Aus. Stun ihn, kurz. Matrix is lowed. Stun ihn? Locked. Ich halte mal mit. Locked, nice. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Ball ist ab. Was macht er jetzt dann? Ähm, dauert noch ein paar Sekunden. Ist bereit? Ist bereit? Ja. Hab ihn. Brainst wieder. Hast du Turtle noch? Nee. Don't work. Heapshot half. Heapshot half. Heaps kicked. Der stirbt. Komm, schau, komm, schau. Der stirbt! Stun ihn. Kann ich trappen. Ich kann ihn. Stun ihn einmal. Mage is lowed. Oh, verkehrt nichts mehr. Hab dich gebobbt. Gau, der Magik ist wahrscheinlich. Ja, Magik kriegt den Arcan. Ich bin raus mit Insi. Meine Wall ist ab. Ah, scheiße. Kick fail. Stun made. Nochmal. Ja. Geslowed. Stirb. Nice. Bubble hab ich auch noch. Stormworld. Nice. Nee, nee. Das bringt nichts. So. Puh. Fink der wird schon jetzt auch nicht gemacht, der arme Kerl. Boah, der Wohli hat auch ordentlich ganz verdrücken können. Ja. Der Wohli war auch wirklich der, der den Schaden und Druck gemacht hat. Ja, der Wohli wollte auch nicht weg von mir. Ja gut, das war richtig. Genauso, dass ich nicht vom Mage weg bin. Ja, Wohli hat so einen Duftstoff, weil der Wohli mal angezogen hat. Das sind ja alle Pheromone. Ja, sag ich doch. Duftstoff. Ach du, ähm. Wenn sie weiter auf Eindruck gemacht hätten, statt dann sich irgendwann zu entscheiden, auf einen Parler zu swappen, wäre das vielleicht ein bisschen... Ja, aber auf mir war ich kein Kurm already, ne? Am nächsten Mal hab ich gestorben. Ja, ich hätt eben auch nix gemacht. Bob hast du schon gehabt? Ja, ja. Nach der Bob sind es nur auf dich, da haben sie mich nicht in Ruhe gelassen. Also die sind nicht mehr zurück zu mir. Ja, was beschwertet. Der Magie wollte es aber auch nicht klauen. Oh, der konnte nicht, weil er selber gucken musste, dass er nicht verraten. Ja, Arkan hab ich gekillt, der konnte es nicht klauen. Aber da hast du noch weggerannt. Und hat damage gemacht dann. Meuschel-Schurbert, das will ich wieder... RIMPE! Rump. Rumpumpumpump. Rumpumpumpump. Rumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpump Nur mal Zap Mage Stun Nur mal Stun Schaut auf, nehmen wir noch Schieb Beide Walls raus Willst du fulltrap? Nein Anti-Twin gesetzt Hier Rock Volle Kick Nice Kick Restun War da kein Trap ready Ah, roll Mage beslowed, ich gehe raus mit Ilsy Alle gesilenced Ich kann stun Stun Broke, Broke, Broke Ist Mage wieder Ist volltrap, ist volltrap Komm her Ja, ich Volltrap 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 Geht nicht Mach Polyharm Kidniff Magier Naja, ich komme nicht dran Ach, der will schieben Ich kann stun Was macht dann das Trap? Polykick Bleib steady Trap 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 Rock Direkt Krass Was? Der Priest, der Mage hat Nee, der Priest hat ein bisschen mehr Äh, ein bisschen weniger Ich hatte mehr Ach du Wie übel Der Priest hat ein bisschen weniger Ich hatte mehr Ach du Ach du Ja ich dachte mal Der Priest war knapp hinter deren Mage Unser Priest war über deren Mage Das ist krass Ähm Ich dachte er war Ich dachte er war Er hat ab und zu was Carsten können Damage gemacht Aber da kam er zu nix Nee, ganz Dude, ich hab den am Anfang sofort Der war trau Ich hab ihn Hab ich den rausgeholt? Ich glaub ich hab ihn schon rausgeholt Aber der war draußen Ich hab instant gestand und voll drauf Ja Er hat ein Poly geopent Ja, aber Er hat ein Poly durchge... Er hat ihn durchgegeben Ja, ja, deswegen war es Ja War der aus dem Stealver raus Genau Aber er hat halt Muss sofort abhauen Und resetten konnten sie nicht Danke, sehr dank Genau Gut, dass Malu dann mitge... Schön mitgekommen ist Bei euch bleibt mir ja alles nichts anderes übelst Du musst ja mit Ja, aber ich hatte am Anfang gesagt Ich hab sieben Sekunden Poly Ja, im Startbereich Und du bist vor zum Friedhofsding gerannt Und ich muss hinterher sprinten Mit meinem Schilde-Buff So wie es sein soll Ja, alle cool da und so Ja, natürlich darfst Nicole Jetzt auch da Absolut richtig Raus haben, wenn sie wenig sind Oh, jetzt mal andere Magier Ja Jetzt haben wir einen richtigen Magier Windfight? Jetzt ja whip Zapp Moise chew AST Loise Group Ich mache einen K mientras Ich werde dann wieder aufgelog Astly Rein Stun kurz Mated ist wieder da Temporal 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 Dispers Rains auf dich Polly kannst du dich kicken? Ja Polly Kick Ristun Bin Full Hit ne Und voll Schieb Counterspell Counterspell Kann nichts machen Viert auch noch mal Fuck you Damage von Mage gepurcht Mind Control Ich werde kontrolliert hier hinten Ich bin runter Ich kann nicht kicken Oh den Kick von Magier Danke Mage geslowed Rist full trap, rist full trap, rist full trap Oh Fick dich doch Rist full Hat den Landerkern Block Nein Ich war gerade überfordert, sorry Ich werde weggefriert Schieb Alles meins, alles meins Kann nichts machen Reingefriert, reingefriert Polly Kick Ich werde dir nichts erzählt Ey Geh Polly Kick 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 Nage nochmal Kick Ist tot Nice So Achtung Level 4 Level 4 Ich kann dich holen Lass ihn doch Mach den Stürker mit dem Auto Hab dich Jaa Unterschätzt das nicht Na alt Reha voller AP Erstürker Keine Energie Keine Kohle Jaa Ich hab noch Vendetta gehabt Ok ja noch Vendetta Vendetta böses Blut Achtung Erfekt Puh Ey Ich würd Nur durch CC drehen Jaa Ich weiß mal wie's mir da geht Alles gut Halt Stopp Halt Stopp Halt Stopp Halt Stopp Ist der Name Andreas Ok Andreas Ist gut Andreas Wer Halt Stopp ruft Heißt Andreas Ich will mal die Kirche im Dorf lassen Und hier bei der Woche bleiben Bei der Woche bleiben Bei der Woche bleiben Achja Hast du jetzt eigentlich schon mal Beta gespielt so richtig? Als Ololadin Ne Das PvP Inhalt gibt es ja so noch nicht Soll ja noch alles kommen Ich hoffe es kommt bald Ja ich hoffe es jetzt mittlerweile auch mal Weil Weil gut Ist für die erste gar noch ein paar normale Talente Bei manchen Bei manchen Ich lasse nicht alles Ja Marco ich soll dich grüßen Von Äh Jaja Ich hab dein Ding auch auf Ich weiß ja wer es ist Weil ich hab ihn zu dir geschickt Da wird er zuschauen Achso geil Wer ist das? Wer ist das? Kannst du mich jetzt dumm sterben Oder sagst du mir das auch? Den kennst du nicht? Keine Wollfe ich kennst den doch Ne ich glaub nicht Sag der hat den Namen B-Boyl was Der wer? B-Boyl Alter kein Gott Ja dann kennst du ihn auch nicht Liebe grüße an den Schwaben Ja der steht voll auf Schwäbisch Äh Ich geh da voll drauf ab Ossl? Aber auf Ghetto Schwaben? Ghetto Schwaben? Ne auf die coolen Schwaben Das war's wie mich Hahaha Hahaha Oh ich hab's Ich hab's single cleaves Ok cool Let's go Ja ähm Unfall Unfall Deinfall Bin drin Cool Unfall Anrufen Unfall Perfel Bei mir Kangen? Komm nicht zum Trappen, der Hunter mich aufgreifen. Drowning ist raus. Ist weg. Gut. Share, share, share. Bei mir Full-Trap? Ja, scheiße. Voll, voll, voll. Kein Swing getret. Shami's done. Stirb, Kartoffel! Nein, endlich. Sie wollen die bessere Hunter-Kombo. Aha. Du bist so ein Depp. Der ist mal nicht am Healer lang. Oh, er schweigt. Sau. Danke fürs Folgen. Mach 3,50 Mark. I do not be there. Ich habe noch keinen Sub-Button, dann wären es 4,99. Aber das wäre ja dann auch ein Sub und kein Follow. Ja, das Follow ist günstiger. Ach, vielleicht bin ich irgendwann mal so weit. Was lacht da? Was lacht da? Meine Freundin sagt, ich bin voll der Depp. Irgendwer hat das gerade gesagt, das ist ihre Meinung. Ich bin voll der Depp. Ja, meine Freundin sagt, ich sei voll der Depp. Das ist ja ihre Meinung. Oh, wer hat das wohl gerade gesagt von euch zwei? Wer? Ich hab noch gar Ghetto-Schwabe. Ja, aber irgendwer sagt, du wolltest sein Depp und das ist ihre Meinung. Der hat gerade lacht. Ach, ja, das war... War ich das? Nee. Weiß ich nicht. Ja, doch, aber das war nicht auf dich bezogen. Das war auf den Hunter bezogen, weil er noch Turtle gemacht hat. Das war nicht auf dich bezogen. Ach so, ja, ich bin auch Hunter. Du hast aber nicht... Du hast aber keinen... Du hast aber keinen Deterrence gezogen, mein Freund. Am Ende. Als nur noch der gegnerische Hunter da war. Bist du sicher? Oder hast du gedacht, komm Partner, Luke? Ah ja. Ach so. Weil ich hab gleich gesagt, ich ist gern. Ähm, okay, gut. Beruhig dich. Beruhig dich. Wow. Es war ein Fehler, meine Freunde und Kollegen zu dir einen Stream zu schicken. Ich war doch gemobbt. Mach dich berühmt, aber selber gemobbt. Ja. Leider Ruhm passiert auf meiner Schmach. Awww. 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 Eine Runde Mitleid. Auf'n Affli. Misch das sicher? Mit oder auch Mitleid? Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal heißt er Ray und manchmal heißt er Jay. Oder Gesundheit. Kanohashi. Kanohashi. Und Fragezeichen. Awww. 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 Finger auf Pail Ich kicke dann ab Kein Selfie raus gehauen Ich kann Stunnen Balli Stunnen Hier kannst du nicht gegen Nice Full Trap Nächster Inline Na ja es wird Bubble We're locked, we're locked Can't get you Ja ja noch keine Bubble raus Yes Nice Und die Bubble ist noch da Bubble ist auch noch drin Nice heal Komm geh um Balli oder? Dann ihn Oh nein Ich bin gefreased, ich kann noch sterben Oh shit, oh shit, ich bin gefreut Oh hell, blood and mercy Das normale Spiel gibt es, Dekker Wenn das klingt Oh da ist viel Oh nein Alles Ah Er macht ein zweimal Safeges Du Hab dich Dann beide Still running Der wird dich nicht gleich brücken Oh ho ho Pali ist gar nicht? Komm Pali Ja Tearsliven uns kick Upgate Nice Warte ich glück Nice Erlaut Warte, du musst Mind Control Und? Du musst ja dead shit Ja, ich jetzt grad eben Ein Burst auf dich Mind Control Alter Schwede Ich hab ihn gefielten Dann bin ich weggelaufen Das ist nicht genauso toll Oh ho 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 So, der nächste Win müsste dann Item sein Ah, ich hab das Wichtige für euch Guten Morgen Auch endlich wach Ja, so langsam werde ich wieder irgendwie füßchen Ja, so langsam Die ganze Zeit Wir haben uns den ersten Destro Wer hätte es gedacht, in der ersten Destro Denken zu channel dabei Was, ein genervter Caster Ein Papen-Europä-Caster wird es zu easy Ja, ohne Pad, ich weiß, hab's kapiert berühmt Ich Was? Yeah Paranoia, oder was? Okay Ja Ja Destro und versuchen zu leihen, oder? Uh Was wollen wir denn? Wollen wir um den Shadow gehen? Ja Ähm Ich fänd, ein Shadow find ich Gemeiner, also gefährlicher als ein Destro Deswegen Wollte ich schon auf ein Shadow gehen Ich hab ein weicheres Ziel meiner Meinung nach Aber der hat kein Port Bei uns ist das keine Olga Mit Morten Colt Gerne, was auch oh viert also der hexer lässt mich nicht die selbe und drohen mindbomb silence kann noch nichts machen hab dich jetzt erst trap ihn, fulltrap a-stun ich hab 3 silence ich hab den shadow einmal kicken grad create a stun darf hier raus bubble ist raus, denk dran oh vier voll kann mich nicht holen wir bashed voll coming cloud los immer wein jeder weg dude is fulltrap exas dann syphyn ist weg hab dich hier kick caseballs muss ich drill ist dann kick hier ist voll hier ist hart nein, warum? auf mir voll boah, ich hab den scheiß natürlich lauf wir auf jeden gegen den komm, ich komm mal zurück hier exas gesloat ich komm halt nicht weg, eh christ erstmal gesloat so komm der ist weit von inline hier ich hab den hey du schläft naja das war's alter schläft ey ich werd da hin ich komm da nicht mehr weg ey drei dreimal silent plus keine ahnung vier clown mindpump whatsoever ich hab nicht mehr rein sollen ich hab nicht mehr rein sollen ich hab erstmal nicht mehr rein sollen ich hab vielleicht doch noch ein bisschen warten sollen ich hab noch ein bisschen pillern sollen ich hab noch weit hinterher nej nej ich will es aha ich denk dran ich brauch da ein freedom ne ja das ist eine eule genau des die weiße ach kein mage eule ja geh mir doch mit der mage auf die eule und die gute frage ich hätte es per se gesagt wir gehen auf den mage weil der mage das deutlich weichere ziel ist die eule geht im bärthema erledigt ja ja das schon eine eule bekommt ja die kassiert weniger physischen schaden ja und im bärgestall hat sie halt noch mal zusätzlich leben ja ich glaube das geht so weit das ist ja nicht so dass die eule 24 sieben sloan kann die macht das macht der mark komm her mit Du nee Es war auf mein Pett zu dämt Er burstet, auf den, auf den, auf den Mage ist dann Hab dich, hab dich, hab dich Wall ist ab Mein Kick kam nicht durch, rechtzeitig Vollmold, vorsichtig Ja, ich hab noch kein Kick-Ready, aber nein Mages ist laut Restun Ich hab nichts mehr Ich hab einen Kick Volle Kick Sight-Jawnd, trinke dich Voll Es entanglen, Mantler-Beam Achso, nee, ich hatte es nicht mal Ich hab es selber für mich genutzt, damit ich hinterher komme Weil sonst Ja, deswegen Ja, aber der Komo darf es halt für dich nicht benutzen, weil genau das tötet uns Ja, gut, also Das hätten jetzt, glaub ich, uns auch nicht viele gerechnet Grundsätzlich hast du recht, ja Nur so wär ich gestorben Ich hab mir gedacht, dass die so ein AOE-Damage fahren Nein, wir sind so instant, so Erst kommt keiner auf einmal, bumm Toppen halt zwei auf einmal So ganz komisch Hey, ich bekam zwei Items Und ich kann keins gebrauchen Oh, ich mag diese Luftspirale Jede Woche Schuhe, warum kriege ich jede Woche verfickt nochmal Schuhe? Blizzard wird deine Füße halt nicht sehen Blizzard liebt dich Blizzard findet deine Füße hässlich Schuhe, 940 schon an, kriegt 49er Schuhe Also ich hab jetzt... Na guck mal, ich hab jetzt ein 49er Gürtel bekommen Der ist fünf besser als mein Ersatzgürtel Aber ich hab noch, ähm Ne Halskette mit 935 Das heißt, ich ziehe jetzt den 49er Gürtel an Und ziehe ein Tausender, ähm, Trinket an Und hab jetzt ein Item Level mehr Yeah, ein Item Level mehr Es ist hart, gell, es ist hart Party hart Das macht so viel Sinn, das Loot System In Blizzard bleachen Yeah, geil Jetzt haben wir uns genug gefreut Oh man, Alanta So dumm einfach nur RQ up PvP Loots, hier krieg ich Cancer Ja, mal gespannt wie sie das BFA dann jetzt komplett lösen Ich meinte so mal, wie sie das angekündigt haben Ist es genauso ein Crap wie sie jetzt Ja, aber du siehst Was von Scheiß du vorher bekommst Das ist ja ne Überraschung, ne Ja, aber ich will aussuchen, auf welchem Slot ich mal verficktes Item will Mein Gott Die haben 50 Expansions Und zig Jahre lang den selben Scheiß drin gehabt Und das war toll, das hat funktioniert Ja, halt PvPler dürfen keinen freien Willen haben Ja, ne freie Entscheidungsbefalt bei PvPlern Ne, ist egal, weil PvE dürfen sich das andere aus tun Müssen auch auf Blut hoffen Never stop a running system Never stop a running system Ne, never touch a running system Guten Nacht Capone Danke fürs Zuschauen Brownie Das merke ich mir jetzt Der gute Brownie Macht nichts Gar nicht gut mit Leben Da wandelt der Tod Ja Wait, what? Ne, der laufende Tod, oder? Weil Walking Ja, Walking Das wandelt der ist besser übersetzt Bumblebee Der laufende Tod Der Pimmel Wir gehen auf den Monk, ne? Ja, ja Genau, penetrierter von der Seite Ja, aber egal, die rotieren mit mir Boah Echt? Ja Boah genau, ich hab den Nudo angeschossen Ja Dann beide, hab dich Monk ist geslowed Monk ist da Monk ist da Äh, Ding ist da Cool, der Burst hat Serenity Äh, Bubble, Bubble, Bubble Oh, macht Gertel Gertel Macht Gertel 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 Äh, kam auf mir Gertel Gertel Geltel Gertel 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 Glt Gertel Ich hab' den Raten in deinen Arm Morin kriegt ein... äh... Thruid gleich Stun... Hat Stun Okay Freedom Achtung Thruid, Thruid komm Okay Oh sterb einfach Du du vier, du du vier Gute stun, Paralyse Nein, ich komm nicht hin zum Damagen Das ist ein DK Ich muss sowas machen, ich muss auch nicht halten Bronk ist wieder da Stun, Achtung hier, Legsbrief Doodle Trap voll, Doodle Trap voll Oh, ey, wenn auch Legsbrief voll Hier zu Stunt Oh, schau wieder Stunt in DK immer Oh, Mann, ey, das hätten die nicht gewinnen dürfen Dieses Telefon haben wir dann Er taucht sich halt weg und ist ein Arschlein, ey Aber ich versteh's natürlich nicht, ne Ander gehandelt hast du nicht slow war nach dem Rückzug Und ich bin trotzdem geslowt nach dem Rückzug Nein, naja Diese Paralyse versteh ich einfach nicht Ah, dumm Mann, ey, der war so fast fast tot mehrmals Mann Ach Der hätte nicht in DK gehen sollen, da hätte er nicht escape'n können Ja, das... ach Der hat doch gleich Ice-Bahn als schon raus Mann, ey, das... Ich meine nicht Und selbst wenn... Mann, ey Ich wollte den Kill halt auch noch haben, ich hätte einfach nicht mitgehen sollen Ich kann dem Monk nicht hinterher Keiner kann dem Monk hinterher Und doch, ein Diebenhörner Oh, ein Diebenhörner Oder ein anderer Monk Na, ach, das ist... Das ärgert mich halt nicht, weil das ist immer so Ich... ich... Du bist halt... das ist Tunnelblick einfach dann Auch nur, wenn's nur für 10 Sekunden ist Tunnelblick und das war's dann schon Und dann... fuck, Mann Nehmen wir so komischen Melee-Klassen den Teleport weg Das sind Meleys Die sollen nicht weg, die sollen rein Ja, gut, da der Monk ist halt vom... Ja, es ist schon okay, wenn er nur eine gewisse Mobilität hat Das ist alles in Ordnung Wieso kann man einen Schalkly teleportieren? Der ist genau so squishy Der stimmt sogar noch schlau als ein Monk Weil er hat keinen Karma Ja... Shadow Step Ja... Ja, aber Shadow Step braucht ein Ziel Ja, gut, ich versteh halt... Ja, in der Heile muss man sich verhalten Ja, ich versteh halt auch nicht, warum der Monk sowas hat Vor allem... oder beziehungsweise Die Reichweite ist ja glaub ich ziemlich groß, ne? Ja, 40 Meter glaub Oder so was 30 oder 40 Meter Ja, das ist schon, find ich, ziemlich viel Weil er können die... Hier stehen Können sie hier in die Sonne teleportieren Einfach so Warum? Weil er's kann Schon klar Buckleaf Erstmal dieses... I don't... Buckleafsee Ja, oder du hast nie richtig hingeguckt Ne, ich weiß nicht... Da müsste sich ja das... Mann, das hatten wir schon Ein oder zwei Mal Ne, wir hatten noch keinen... Ne, wir hatten noch keinen... 457 Spiele oder so gemacht Ja Zu viel für dieses... Wenn wir das so weitermachen, hab ich am Ende der Season... Haben wir am Ende der Season irgendwas um die 1000 Games oder mehr Ja In-Fight Nice So, ich auch connect Ah, fressen shit Mein Panic Rock in-Fight, alles gut Hat gewanischt Warum bin ich geslowed, wenn ich Freedom hab? Ey, wie dumm Priest gestunnt Bin am Hunter Ja Ah, der will Trap abfangen Ich hab voll Warte, hab dich Cheap Shot Ich bin voll Cheap Shot Ich bin voll Cheap Shot Hit, heiler Slowed Ja, will ich sleep Bin sleep Ich bin sleep Hab dich Pains up dich Priest Priest Bis dann Ich bin hart auf dem Hunter Swaps auf dem... Nein, ich winke den Priest full Trap Warte, turns Ja Ja, ich hab zu 10, 3 und solle Oh, er hat Trap gemisst Hier auf Essie Wuhl Hey Alles klar Mock Bomb Wer raus, wer raus Restun Wird ja voll Hunter Davey raus Na Damn Winsch Hast du Turtle noch, hast du Turtle noch? Ja, Turtle Turtle Hast du? Ja, Abit Ja, ja Ja, ja Nochmal Kriege ich mir mal so ein Leuchtfeuer oder so Ah, cool, auch unkappt Cheap Shot Cheap Shot Bin sleep Nice, lost Priest done Äh, Kidney Fall Ich krieg dich nicht, ich krieg dich nicht Ich krieg dich nicht, ich krieg dich nicht Ja, ich kann nix, ich kann nix machen Wurst dann? Äh, sorry Ich hab dich noch gebobbt Äh, Priest, Full Trap Ach, 4 Robes, damit heilen können Hat ein Pet getrapped Hitman voll Nein Ey, f*** dich Dance würde Ah Priest is stunning Priest hat stun Hunter wieder Oh, Bursting Shot Auch nicht zum Trappen Ah, ich bin der Mist Get me, get me, get me Was? Trap Priest done Ich hab keinen Trapp Das gibt's nicht Der ist gleich down Na endlich Ich war Durchstand auf einmal Entschuldigung, hab ich grad durchgestunt noch mal Komm ich nicht finischen Nein, der Priest von Ink hat auch nix machen Äh, der war zu zählt Der war gefiert Oh, 29er Schau aufhören mit dieser Hipster-Scheiße Trow nicht so überfordert Was für ne Hipster-Scheiße Stunt, Stunt, get me, get me, get me Was? 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 Ja, ich hab wirklich keine Ahnung, was du von mir willst Deutsch Ja, Manu schaut zu viele Streams Und dann hört er immer so komische Sätze zu dir Und denkt, ich weiß JEDER JEDER Get me ist normales Englisch Keine Ahnung Das ist jetzt natürlich Ja, ja, aber wie lang Ich brauch das nicht Ich glaub ich hab hier was mit Peele Meint, bis ich hab was in den Films geschaut Marco Marco, das heißt gib mir Ne? Ja Gib mir, gib's mir Also er will's vom Schurken voll besorgt haben Hat er doch gesagt Ja klar Get me, get me Heißt du so Bekomme mich, bekomme mich Bekomme mich Ja Ja, hol mich raus Ja, bekomme mich Ich weiß Bekomme mich, bekomme mich, bekomme mich Das ist wie so aus dem Kirchenchor So in ein Kirchenlied Bekomme mich, bekommet mich Ja, überkomme mich Ja, jetzt wird's eklig Ach, der ist an Shady Boah, tschüss Pat Ich brauch kein Das ist ja das hier Pat braucht kein Mensch Ich muss echt mittlerweile Macht der Gewohnheit Ich hab heute ne Uni gemacht mit 5 Deutschen Hab die ganze Zeit im Chat Englisch geschrieben Normalerweise gewuppelt mit irgendwelchen Russen oder Franzosen Ja, okay, gut Das ist ja dann was anderes Das passiert halt mal Ich weiß ja, weißt du Ich hab viele irgendwie Von Blackrock war das meistens Die schreibe auf einmal Englisch Da frag ich auch Schreib doch Deutsch In BG, oder was? Ja, ja Ja, es können Ja, wegen den anderen Und dann Ich glaub mir sicherlich kein Server addon Und um zu wissen Wo ich denn herkomme Das siehste doch Na klar Herr Johnny Den Typen mit dem Chat muss ich vergeben Der ist ein bisschen dumm Infight Ich bin auch infight Garrod silent Oh, oh, oh Geh mal Shadow, oder? Ja Bis für dich Ich Totem ist weg Beide Totems weg Ich bin vollstun Ich bin vollstun Bin dead auf mir Shadow hat inline Ich bin hart am Shadow War kick Harmi fulltrap 5 Daph'ih raus Habtick Shami 4 Shadow inline Ich bin vollkid ne Shami's done Find worm dispelled A-B-Z Shadow inline Volk ist jetzt aber jemand bis zu den letzten Modus Warum sagst du nicht? Du rückst mich halt die ganze Zeit wenn ich sagst Wo geht ne? Ich bin hackst So mal der Rogue solo den einen, der andere den anderen Keine Ahnung, komm mal hier hinter und slapp den Mothafuckin Rogue den Kilometer weg ist unser Heiler Kann nix machen Hopp Marco, bob ihn Hab ich schon Rüst ist gestand Bubble ist raus Volk geht mir wieder Du lines rufen uns so wenig neben Shadow inline A-Fat-Achtung, Maul A-Fat-Achtung, Maul A-Fat-Achtung, Maul Jettow Shami full Drap, Shami full Drap Gann doch, oooohh Ne, ne das ging nicht mehr Oh der Split Damage Das ist gut Sicherlich, ey Ey vor allem der Shami, ey Der, 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 der Der Shami hat so unglaublich viel Schaden kassiert, aber das hat der einfach weggeheilt. Das ist... nee. Ja, dafür ist er da, der Shami. Ja, lol, der verliert aber kaum Mana. Dafür ist er da, der Shami. Ach, das ist doch bescheuert. Macht seine Mastery. Was macht denn die? Ja, je weniger Leben ist der Gehalter. Ach, da war das das, ja. Wir spielen einfach auch teilweise einfach. Wir fangen irgendwann an zu tunneln, so, keine Ahnung. Priester und dann nur Priester. Und kommen, was der wolle, Priester, und bis zum bitteren Ende, Priester. Ja, gut. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was unser Team macht und was die anderen machen. Wir dürfen nicht diesen Tunnelblick auf ein Ziel haben. Ja, gut, das Problem ist, wenn wir da hinten hingehen mit dem Schurken, dann kommt der Shadow hinten dran, dann dottert er uns alle zu. Ja, dann können wir ja wieder swappen. Und dann geht der Rogue vielleicht mal Stealth oder haut mal ab oder hört mal auf oder so, aber der Solo, der Easy Marco. Marco, du musst ein bisschen, äh, von selbstständig das Spiel spielen, keine Ahnung. Ja, klar, wenn ich meinen Tunnel aktiviert bekomme, bist du in der Rogue. Warum hast du einen Tunnel gemacht? Ich hatte dich. Okay, ich sag... Ja, das war letztes Mal, wie die Einstage von dir habe ich eigentlich bekommen. Darling, leave. Ja. Ich will hier glaube ich mal auf den gehen, der, der gerade keine Dev-CD-Sub hat. Hä? Ja, Ali. Der Launcher. So gehen alle. Alter Schwede, das Bubble ist raus. Nein, es ist jetzt halt eine Bad. Irgendwann. Es gewinnt, es gewinnt, es gewinnt. Hallo, bitte. Ich hab Bobbecker. Halt. Schau mir das dann. Ich baue es irgendwie... Schau mir den ein. Hier, Schau mir. Hier, Schau mir. Schau mir's done. Schau mir kick. Wall is up. Skyfrew is weg. Hexfall. Ja, das war scheiße. Boah. Dieser Damage ist so asozial. Scheiße, das sollte halt mal ein 3 Sekunden Burst und kein verfickter 5 Sekunden Burst sein. Ja, gut, Zukunft kann es ja nicht mehr alles auf einen Schlag poppen. Mal gespannt, wie das wird. Mal gucken. Weil nicht... Ach, das ist doch gut, Tade. Keine Ahnung. Der grabt mich rein und im Flug poppt deine Bubble. Vor ich überhaupt mit dem Death Group gelandet bin, war deine Bubble schon raus. Dann krieg ich einen Belf und die hauen mich auf 30% in einem Belf. Nachdem sie dich schon in die Bubble geburstet haben. Im gleichen Burst machen die das, ne? Vergiss das nicht. Vielleicht muss man auch gegen so... Ja, gegen crashed. Mal A, O, E, C, C, Skillen oder so. Die einfach rausnimmt. Hatte ich. Ach, du bist offline. Ja, sag doch, Game is gequashed. Ach so, oh, das hast du nicht gehört. Ein gut, halbe Stunde warten. Krieg ich mal fix aus Klauselang. Ein gut. Sei dir gegönnt. Einloggen, warte, sonst geht's mir nicht gleich los. Mal gucken, Blizzard hat... Blizzard hat aktuell schon am Zahlen veröffentlicht. Ah, oder? Von den Globals? Nein, 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 nein. Geschäftszahlen. Ach so. Mal gucken, wie es mit den Globals wird, weil nicht alle Fähigkeiten bekommen, glaube ich. Wenn Demon Hunter zum Beispiel sind es nur Def-CDs, dem hat er doch komplette Burst noch, ohne Globals. Ja, für JoVet gab's da, wenn... Müssen wir mal gucken, JoVet. Ja, ich hab da heute Mittag eine Pause, hab ich den durchgelesen, die nicht leiden. Also bei allen Klassen sind es die Burst-Couldands, außer dem Demon Hunter, da sind sie zu Def-CDs. So ein Nether-Walk oder Dunkelheit. Quatsch. Dann bekommt der Demon Hunter auf Globals-Couldands, aber seine Burst-Couldands hat er noch. Ist er wieder dumm, so was... Ich sag mal, Fosia hat keinen Globals. Sein Charter hat keinen Globals. Das muss... Entschuldigung, ey, du machst das ganz oder gar nicht. Das ist doch wieder Quark. Ja, das dachte mir mal auch so, klar. Aber ich bekomme echt nicht alle Fähigkeiten. Ich glaube, beim DK war es auch nur ein Teil des Bursts. Ich glaube, nur soll das Frost die Rune mal verstärken, war, glaube ich, außerhalb vom Globals. DK, Deathgrip, Frost, DK, äh, nö, 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 Frost-DK ist alles. Empowered Rune-Webben, Pillar of Frost, Fungering Rune-Webben und Obliberation. Alles hat, äh, Global. Beim Unholy ist es Unholy-Francy. Und ansonsten, und alle haben Deathgrip. Der Drown-Event-DK, nix für dich. Ich meine, so oft wie dein Paladin stirbt oder sowas, kann man doch auch mal gefallen, wenn Paladin spielen. Achso, er ist ja kein gefallener Paladin, es ist ein gefallener Ritter. Das ist ein kleiner U-Koll-Francher. Ach, ich komme doch aufs Helbe. Achso. Oh. Ja, aber wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten gegen die Combo auf einer anderen Map oder sowas, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Oh, es gibt neue Warcraft-3-Patch-Notes. Alter, nein. Amazing, ja. Ein Lander-Reset. Vielleicht wird ja auf der diesjährigen BlizzCon im nächsten Warcraft-Teil vorgestellt. Ich warte ja nur, bis es einen neuen Patch von Warcraft 2 gibt. Das wäre ja lustig. Na, ich glaube nicht. Das verstehe ich nicht. Wenn sie sowas einführen, das werden sie wahrscheinlich einführen, weil sie haben ja auf so einen Post schon geantwortet. Ja, das ist von sehr vielen Spielern gewünscht. Was ich nicht nachvollziehen kann. Was ist denn One gegen One? Ich finde, das ist Quatsch. Äh, einfach zum Spaß. Das Jux in Dollerei. Ist lustig, weil ich gehe jetzt anscheinend auf. Ich bin auf dem Ladescreen gewesen. Ja, das Coole ist dann auch, dass es dafür wahrscheinlich eine Rangliste ohne Belohnung geben wird vielleicht. Vermutlich. Nein, bis die Globus vielleicht schon gibt. So, wie halt Verrungspunkte einfach als am Ende der Ressort. So, jetzt haben wir erstmal Mirror. So, jetzt haben wir einen Ressort. Und wenn du nicht sagst, die haben wir auf dem Reddrehen. Ja, mein Pet. Wow. Ja, die gehen auf dich. Auf dich. Restyle. Okay, Pally. Riese fulltrap. Auge um Auge. Ich muss Pally slowen. Ah, es fliegt auf mich. Läffi raus. Reskill. Stunt. You're off, you're off. Oh, we're trapped. Wall is up. Das wird Bubble, wahrscheinlich. Reskill. Geheilt. Ich kümmere das Pet. Pet is down. Er kann nicht dicht rausholen. Hab dich. Reskill. Bubble. Oh, er hat mich gefällt, so. Mal Hunter, ja. Ich bin getrapped. Oh, oh. Ja. Pris is geslaught. Level 4, level 4, level 4. Stunning. Ich bin am Pally. Potscht. Raffiert. Kann nichts tun. Lass ihn geschlossen. Wall is up. Bis fulltrap. Ist weg, ist weg, na. Pally, kurz hast dann. Stop. Kann ich nichts tun. Kann ich, kann ich. Hab nochmal heilig gesperrt. So, jetzt hab ich dich. Protection down. Ich hab... We bar set. Oh. Chris done. Wall. Pressing shot. We get a trap. Strap wurde gebrochen. Ja, das ist der Grief. Nein. 4, 4, 4. Hab dich. Lass ihn nicht. Lass ihn nicht. Was ich turnen? Ja, 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 ja. Bis dann. Ich hab mit. Bubble hab ich noch, ne. Ich kann mal den Pally raten. Ja, hat er. Sting, Sting, Sting. Dispel. Hab dich. Pally ist wieder da. Disload. Ich kann Stunnen. Hab ihn. Stun. Kann ich dich holen? Hab dich. Halt ihn nicht. Ja. Oh, trap voll. Wall is up. Der liegt so red. Pally ist Stunnen. Halt den Shot. Pally ist Stunnen. Der will fielen, der will fielen, der will fielen. Haben wir geslowed? Rack. Hier, Pally ist, Pally ist, Pally ist. Wall is up, Wall is up, Wall is up. Hab dich. Okay. Pally ist Kick. Mach ein Damage mal. Ach, der will fielen, der will fielen, der will fielen, der will fielen. Fielen, wir fielen. Hier oder Trap. Pally ist Stunnen. Pally ist Schock. Tramp voll. снny Hunter. Aus freedom. Priestang 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 Priestang. P baptisch. Priestful Trap. Kalle geslowed. Wings? Hallett in Land. Ah, lol. Ja, der hat das gemacht. Rest down. Wir haben ein Mirror Match gewonnen, ja das allererste mal oder? Das war das allererste richtig in Mirror Match. War es immer über andere Heiler oder andere? Ne noch immer andere Heiler, ich hab mal einen Haller aber meistens. Oh da hast du ein bisschen... Mehr damage als Seren Hunter, wuuu! Hey AK, grüß dich! Du Stück! Hallo! Alter, was ist das für ne Begrüße? Ja, du musst den Chat lesen. Du musst den Chat lesen. Kann ich nicht, lesen wir vor. Wir sind geile Stücke. Hey, hallo ihr geilen Stücke! Äh, er meint dich, er sieht dich als mehr. Ich bin ja auch fett. Du bist so geil! Hättest ne Kamera ein, wo das Doppelt drinsitzen? So, Abschluss Game, hätte ich gesagt, oder? Hell yeah! Ich bin müde, irgendwie so langsam. Richtig. Die Kombose kriegst du wieder. Oh, Hero Cleave! Was für ein Hero Cleave! Ist er voll toll, ey! War... Warst du mit Peter Lustig duschen, oder was? Es ist die schwerste Kombo in dieser Season. Die... Genauso schwer wie... Destro Shadow. Oder Ele Shadow. Ich lief hier auch. Ultraschwere Kombose. Da musst du nicht Skellern, wenn du spielen kannst. Omega, lol. Lul. Warum nicht Delta, lol? Delta, lol. Warum schreiben eigentlich alle Lul auf einmal? Das heißt, lol. Oh, der Lel sagen die auch noch. Weil Lul einfach lustiger ist. Achso. Lul nicht lol, aber Omega, Lul ist einfach... Legamol. Das ist genauso wie E-Bims. Eins, zwei, Kevin. Ähm, wir gehen mal auf'n Decay. Decay? Ja. Alter, ich geh auf unseren Heiler. Mel? Dann beide. Ich kann nix machen. Dann beide. Äh, sag mal. Ich kann auch nix machen. Dann hab dich geforst. Ich bin global. Fulltrap. Ich mach mich... Äh, okay. Kein Trigger, mehr nix. Stunning. Freedom. Trank in 4th. Trains auf mich. Hab ich 2-1, so wrong. Eingefall. Eingefall. Imprisoned. DK geslowed. Bin capped. Oh, Vollstun. Das gibt's nicht. Hab nix mehr. Demon hat das dann. Volltrapped den Monk. Bubble ist schon raus. Das hätte aber klappen können. Der... Ey, der Demon hat da... Der hat halt nur seine... Nice. Weiter, weiter, weiter. Helft mir. Ich muss weg von dem. All right. Schau ihn. Leidig ist eine Mom. Egal was. Uhrentochter. Moment. Achtung. Morgend haben wir einen Let's Week. Ja, schalz. Der hat nur einen. Oh, Velf, Velf, Velf. Ich kriege den Mund. Appreciate it. Perch Demon Hunter. Nice, strapped. Ist strapped. Hat keine... Kann nicht raus. Kann... Lol. Wie war's? Wie war's? Magic. Der hat gleich seine Insel wieder, der Monk. Versuche ihn zu kiden. Na gut, kiden bei der Monk. Geht doch. Ohhhh. Demon Kick. Der Rest. Der Rest. Der Rest. Der Rest. Der Rest. Der Rest. Achtung. Relax, babe. Der hat keine Insel mehr, gell? Ich bin zu slow, um ihn zu fieren. Nether Walk. Nether Walk. Shailoon Gift. Nether Walk down. Paralysis. Aber nice. Ich bin wieder slow, aber ich komme einfach nicht dran. Ja, du gehst vor allem oben. Der Monk hat noch volles Mana. Hey, Arkad. Danke für deine Spende. Ich weiß ja... Ich weiß ja, dass du Geld zu viel hast. Aber trotzdem. Vielen, vielen Dank. Es wird irgendwas ein neues Add-on für City Skylines geben, gell? Nee. Ich geh, Monk. Drink it in two minutes. Ich geh trinken. Ich geh trinken. Ich hör einfach nicht auf, geslowt zu sein. Ja, das hält halt auch scheiß lange, gell? Ja. Turtle hast du ja noch, ne? Ja. Der Monk hat... Au, ey. Der Monk hat wieder alles bereit. Der Demon... Hast du noch irgendwas? Ja, ich kann Turtlen dazu. Ja. Mach ich jetzt. Hast du trinken Köln willst du ein bisschen? Nee, nee. Ich hab versucht zu retten, aber der Monk war so oder so gleich da. Von dem wieder noch. Next sweep. Hinter dem Monk, der hat Wim geskillt. Ja, ich bin gerade dabei. Aka macht nichts. Dann lege ich das Geld an. Da du ja älter bist als ich, ähm, äh, wird da... äh, stirbst du wahrscheinlich ja vor mir. Und wenn du dann tot bist, zählt das nicht mehr. Dann kann ich mir das Geld auszahlen lassen. Du kannst es für andere Sachen benutzen. Die Demon Hunter. Die Demon Hunter ist getrapped, nice. Monk hat gleich Paralyse, das lags. Ja. Oh, oh. Geht auseinander, geht auseinander. Eins ab dich. Im Prison. Ich hab noch keinen Trink. Das sind 20. Sehr viel raus. Wie langt für Turtlen noch? 1,30. Ui. Monk. Monk hat Insie noch, ne? Ja, hab ich jetzt auch wieder. Der sittet, der sittet, der sittet ganz normal. Ja, der Team hat mich einfach. Ja, das ist halt normal. Versuchen nochmal zu trinken. Nice. Oh, das ist jetzt übel für dich. Wen? Ne, ist okay, ist okay. Ich hab vergessen, du kannst ja 5,4. Trap geht nicht. Mal, ich komm zurück. Bleib bloß nicht zusammen. Wegen Legsweep. Der Team hat halt wieder fast alles bereit. Ich denke, das ist raus, Monk. Ja. Monk hat... Legsweep. Ich klin. Ich klin. Ich klin. Ich klin. Ich klin. Oh, nice. Ich klin. 10% Dampening. Habt das noch bisschen Luft. Ah, der Monk verbraucht langsam Mana. Ja. Noch Milkschaden. Oh, ja. Der Morph, Achtung. Risen. Legsweep. Alter, wie kann der mich von unten nach oben Legsweepen? Hey, der tritt doch nach unten. Welche Ross? 4, oder? Kiosk Nova. Kiosk Nova. Legsweep, passt auf. Ja, das haben wir nichts, Alter. Ach, der Monk will dich vieren, oder? Na, Paralyse. Paralyse vieren. Paralyse vieren. Nice. 30 Sekunden bis in sie. Wir müssen den Monk damage machen. 10-20. Legsweep. Legsweep. Im Prison. Auch mal ganz kurz. Ja. 22% da unbedingt. Wir waren jetzt Magic schon wieder. Fainster wieder ab. Prisen. Kannst du morgen feiern? Das wäre cool. Ja, zwar in sie, aber... Genau. Okay, ist raus. Der für raus, der für raus. Beide kann Trinket, ne? Ja. Nice. Lol, wieso ist der Monk nicht am Pfeil? Ich habe keine Ahnung. Der stand direkt... Egal. Aha, schade. Okay, Bubble ist raus. 800 Monk, dann wird wir wahrscheinlich wieder C10. Das wäre schön, wenn Manu Schaden machen können. Das wäre echt cool. Ja, das war bei dem Demon Hunter... Nein, nein, das ist kein Vorwurf. Das wäre einfach nur cool, wenn du mal Luft hast, ein bisschen mit Damage zu machen, weil dann muss der Monk irgendwie rein. Ich mach die ganze Zeit schon. Ich bringe mir schon fünf Momente alle fucken, weil wir uns mit dem Demon Hunter gewicht. Wissend. Ja, der geht auch nicht einsatzweise oben. Geh mal wirklich auf den Monk, geh mal wirklich auf den Monk. Der frisst ziemlich... Guck mal, der frisst richtig gut. Der Monk, der... Der Demon Hunter hat so viel Death. Wie das aussieht. Vieren doch einfach. Ich hab's jetzt erst abgefahren. Achso. Ich bin Demon Hunter. Go, du Mauer. Ich bieb mir eine ADF, mach Waffe zu spiel Augen. Oh ja. Komm, fuck dir. Band. Komm nicht raus, Manu. Nur falls Turtle. Achtung, Monk kommt wieder. Oh ja, der macht ja das letzte Spiel. Ne, doch nicht. Geht raus, da, geht raus, da, geht raus, da. Ja, der Monk ist halt. Ja. Ja, gut, das ist ja... Na gut, jetzt muss er doch auf einen Demon Hunter gehen. Ähm... Genau, Monk hat keine Insee, ne? Auch hat er... Ne, hat auch... Ah, doch, stimmt. Das ist ja ein Ork, mein Fehler. Bubble hat er auch. Ähm, der hat gleich wieder einen Cap. Wir gleich Demon Hunter, ja. 41% Damning, Mädels. Ich zäh die Demon Hunter, bitte. Äh, ich hab grad keinen. Ich dachte, vier ist... Nance hat mich. Dann noch... 40% wird noch Trinket, noch mal stun. Die Dämonen. Oh, oh. Impressant. In Cap ist auch raus. Na, der Monk verliert langsam auch mal schön Mana. Oh, nice, nice, nice. Marco, ich trink noch mal. Ja. Hast du Turtle, wieder? Nein, in erster Null. Okay, dann... Oh, schön, 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 schön. Adorock. In Cap ist gleich wieder bereit. Oh, schön, Marco. Ich hab noch keinen FCD, ich hab noch keinen FCD. Monk kommt, Monk kommt, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Der hat In Cap wieder. In Cap und Legsweep. Ball ist raus, mal ist. Ja, 59% Damning. Ey, passt auf. Turtle noch, wenn du kannst. Ab mir auch nicht. Wir gleich, mach einfach kurz, kein Damage. Oder so. Geh danach. Ja, schön auf den Monk. Monk hat gleich wieder In Cap. In Cap ist bereit. Tuttle wieder bereit. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Nice. Eternal, ready bist. Ja, die wurden gerade ready. Alter, Schweb. Du hast einen Schuss, den du getötet hat, wenn ich so ready geworden. Deswegen hab ich den Schuss durchgezogen. Was ist ready? Eternal wurde durch den Schuss, den du getötet hat. Oh, sauber. Deswegen hab ich den Schuss einfach durchgezogen. Ey, da applaudier mir jetzt mal. Alter, Schweb. Mach das als Trowny. Du Arsch. Ja, da kommen die jahrelange Zweier-Erfahrung einfach raus. Boah ey. Nice. Schönes Abschluss, BG. Warte, wir haben angefangen um 5 vor. Warte, 5 vor oder 10 vor? Ne, wir haben 10 nach angefangen. 10 nach was? Nein, wir haben um 23.50 Uhr oder 55 Uhr angefangen. Dieses Match gerade eben, meinst du? Ja, ja. Ja, so der vor unserer Stunde hat's gedauert. Alter Schwede. Ja, nice, ne? Puh. Alle, am Ende war das nur noch rumstehen auf BVR halt. Ja. Ja, ist aber immer so. Ja, wir sind gepusht, ne? 1689, wir machen mal kurz über 1700, ist auch schön. Ja. Gibt aber leider noch keine Ahnung. Darf man noch nicht wieder zwei Wochen warten, bis wir das nächste Mal spielen? Ne, wir lernen, was auch nicht. Ja, wie sieht's morgen aus bei euch? Also heute am Freitag. Heute halt. Also wieder dann. Ja, dann sehen wir uns heute Abend wieder. Muss noch mal. Abchecken, ob's klar geht, aber ich denke schon. Ja, du kannst dich ja dann einfach. Melde dich einfach, wenn's nicht klappt und ansonsten klappt's dann. Alles klar. Machen wir es so. Okay, dann. Gut. Merci, schönen Abend noch. Und bis. Moin. Tschö, tschö. Ja, bis. Tja, sauber. Hast rein. Mein lieber Spahn, das wär ja mal ein Game. Aus dem 3 gegen 3-Botten. 2 vs. 2. Nun nenn, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für den Host. Danke fürs Folgen. Und Aka, du Wahnsinn. Ja, danke für deine Spende. Ich weiß, das ist eh nur ein Troll. Aber scheißegal. Ähm, Aka, wenn du Bock auf Overwatch hast, ich würd jetzt so ein bisschen OW zocken. Ansonsten, Anna, wünsch ich eine wunderschöne Nacht. Und ja, wenn's klappt, sehen wir uns morgen wieder. Dann in diesem Sinne. Tschö, tschö.